Ja, Drachenreiter, willkommen zurück zu Century Age of Ashes. Wir wollen heute die letzten Matches für den Ranked-Modus abschließen. Und wie ihr schon seht, ich habe mir die neue Klasse geleistet, den Sturm-Ehrzeuger. Dann in Bezug auf die täglichen Quest-XP-Belohnungen werden wir den Arena-Modus spielen. Das ist heute Kriegsbeute. Zudem haben wir bei den Klassen den nächsten Drachen für den Marodeur freigeschalten, was ihr hier seht. Den nächsten Drachen für das Phantom. Den Drachen für die Windwache, den bin ich gerade am freischalten. Hier ist der Kleine. Ich muss nur noch fünfmal Erlösungsschub auf einen freundlichen Mitspieler anwenden. Ich muss nochmal das Symbol einprägen von Erlösungsschub. Das ist dieses Schild. Okay, ich muss also einen Verbündeten anvisieren mit mittlerer Maustaste. Ja, ich spiele mit Mausentastatur. Ich habe es mit dem Controller probiert. Ich könnte einen XP-Booster einschalten. Das werde ich jetzt tun. Wie gesagt, auch alle Sachen, die ihr im Shop kaufen könnt, sind alles nur kosmetische Sachen. Also ihr habt keinen Vorteil und am Ende hat eigentlich jede Klasse sowas wie eine Art Angriff-Fähigkeit, sowas wie eine Art Abwehr-Fähigkeit. Und ja, manche Fähigkeiten sind für gewisse Modi vielleicht von Vorteil, aber am Ende könnt ihr immer mit der Klasse spielen, natürlich die euch am liebsten ist. Aber ihr könnt euch auch in allen möglichen anderen Klassen ausprobieren, so wie ich das tue. Ich habe schon echt wilde Drachen gesehen, muss ich ehrlich sagen. Ob ich das Spiel weiterspielen werde, mal sehen, wie lange es mich am Ball hält. Es ist ja noch eine Art Beta und wir sind in Season 1. Vielleicht mache ich dann mal, wenn ich die Schnauze voll habe, eine Pause und gucke dann später nochmal rein. Aber an sich, hier, der Drache ist zum Beispiel schon was ganz anderes. Und ja, wir werden es erleben. Oh ja, Phantom-Gruppe ohne Ende. Stoß, Mine, Stoß, 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 Stoß. Da bin ich. Vier Kills, drei Assists und nur ein Tor. So, die bringen Geld. Und natürlich Gegner, die ebenfalls Geld tragen. Das war dein heißen Durcheinander mit 6 gegen 6. Let's go. So, unendlich Ausdauer, gönne ich mir. So, jetzt bringe ich mal meine 200 Gold zurück. Und abgecashed. Nö, 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 nö. Lass mich mal schön holen. Die 72 gebe ich noch ab. So. Und jetzt hole ich mal Boost durch den Jetstream. Holen wir dich gleich. Holen wir die unendliche... Ach, nee, das ist Energie. Oh, und den Gegner getötet. So, jetzt nehme ich den Tudel hier. Delay-Linie für die Ausdauer-Wiederherstellung. Hier hätte ich Gesundheit. Boost nach oben. Und weiter geht's. Komm, geht kaputt. Das war ein Phantom, der ist unsichtbar. Ja. Ja, der Schlüsselträger. Das heißt, meine Tore sind zu. Oh. 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 Okay, ich muss pumpen. Das Juwel. Okay, okay, okay. Und Juwel und meins und ne Schleifen fliegen, shit, ich hab keine Hausdauer mehr. Schon mal wieder Shit, ach hab ich noch, ich brauch Gesundheit und Boost, oh shit, das werden wir verlieren. Nimm das Juwel, ich will doch. Und nach unten. Verloren. Ne, nur noch gewonnen. Wow. Sehr schön. Ich hab so viele Matches gehabt, die sich schon da noch plötzlich drehen. So, jetzt muss ich aber auch mal den Boost anwenden. Na, Boost Power. Na, den hab jetzt der Kollege. So, 109, die nehm ich schon mal mit. Dann brauch ich dringend wieder Boost. Boost, Jetstream. Ich hol dich mehr. Ja. So. Die Ley-Linie nehm ich mit. Ja, Mine. Ja. So. Oh. Oh. Und Shit. Ja, ich hätte manöwer fliegen können, aber... Na ja, das sind die Fehlentscheidungen, die man dann trifft. 629 haben die schon 100 nehme ich mit so Beschleunigungstunnel so ich gehe jetzt auf Gegnerjagd sehr schön das habe ich ihn aber gekillt aber mein Gegner hat die Punkte eingesammelt oh ja ach wir haben es geschafft eine Bombe im gegnerischen Gebiet zu platzieren und shit noch verloren oh man ok 1-1 oh let's go oh 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 so der war bei uns in der Nähe das rentiert sich und gleich rein so Gegnerjagd oder sammeln und rein extra shit und und ich habe viel Kohle und zurück und gepunktet ist wie Quidditch noch mit Drachen so boost und ja jetzt machen wir euch fertig so ich brauche einen Verbindeten Kantania oh du stürzt 100 Gold nehme ich mit oh oh eine Bombe wenn sie die durchkriegen shit shit so so jetzt bin ich dran ich habe die Bombe ich habe die Bombe ich habe die Bombe und tschüss also wenn man das Spiel versteht macht es schon echt fun und los ich höre Goldblitzern oh schlägt mein Herz ich höre es doch ich brauche Schild nimm gleich den Boost raus und Punkte und gewonnen das erste Match jawohl ja es war knapp es war knapp du musst die Fähigkeiten wirklich nutzen erster Platz oh ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020